Was ist noch mehr? Ähm... Probably! Ah! Oh! Ich muss den hier auch noch kriegen. Jetzt! Ah! Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die sie anrufen möchten, nehmen sie nicht. Legen sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Oh, ist das Assi, ey! Oh, wie gut! Junge, Junge, Junge! Was kommt denn jetzt? Oh, kein Nanobot. Oh! Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein da rum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mache gerade Pause, Kumpel. Pause! Ah! Halte durch, nur noch fünf! Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern! Jerry, wenn deine Leute nicht zu engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch! Noch fünf Kammern! Oh! Okay! Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ha! Okay, doch fünf Kammern. Alles klar. Na, wird das was? Geht doch. Äh, uff. Ein bisschen interessant. Äh, uff. Oh, oh. Ähm, ja. Ähm, okay. Okay. Ist es normal, dass der Boden hier so ein bisschen grisselt? Vermutlich. Uh. Äh, na jetzt geht er hoch. Yay! Äh. Was? Yay! Das ist so doof. Äh. Äh. Ja, das ist so doof. Äh. 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 viel kastatur und ich bewege mich trotzdem da los okay es war nicht so ich muss für so dass entgegen aber seien sie war gespannt sonst wie ich irgendwie muss ich auch jetzt was wird da nicht ich komme so nicht hoch nein kann ich Wenn ich den hier mache, uups, äh, was, X-Verkehr, Rechtsverkehr, oi, 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 oi. Kommt da nicht, fällig, nee, komm ich dich an. Das ist tricky. Sag ich jetzt. Das war doof. Das war ja, ich sage jetzt, oh, das ist ja sehr tricky, oh. Und dann am Ende ist, oh, pipi, fuck. Äh. Boah. Oh. Ah, guck. Ich hab' ich überhaupt nicht gesehen. Uups. Ah, puah. Okay. Hier gibt es nichts, wo ich halt reinkomme. Und? Äh, wo hab' ich... Lass mich doch... Nee, warte mal. Ich bin schon... Was hab' ich denn versucht? Ja, da das Ding hinzuschießen und da... Ja, genau. Ich bin schlau. Funktioniert total. Ja, vor allem hab' ich auch falsch gesetzt. Kacke. Oh, Gott, Hilfe. Zukunfts-Shadow wird sich, äh, schämen, wenn das ich das so mal gucken muss. Hmm. Verdammt. Oh, das ist toll. und ich bin auch durch ich komme ich an ja nichts licht Da komm ich auch nicht hin. Wie benutze ich das Sprungbrett? Das ist mir auch so ein Rätsel. Warte mal. Oh! Verdammt! Okay, ich hab die Idee. Auf die Fresse fallen. Geh mich mit dem. Kann ich, kann ich, kann ich! Verdammt, ich komm nicht hin. Ich will die erstmal ausschalten. So komm 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 komm. Aber vielleicht? Ey, wenn ich da nicht im Kopf schreibe. Hä? Ja! Aufhiel! T-t-t-t-t! Nee, das ist auch nix! An! Es wird doch vermutlich schon brüllen, Mensch, du hast es doch schon fast jetzt! Komm, jetzt seid doch nicht so... Nein, ich hab's eben fast nicht! Weißt du, das würde ich ja direkt drauf kommen. Aber ich komm nicht drauf! Mensch, ich muss noch hier noch ein bisschen Luftsport betreiben. Okay, hier muss ich... Hier muss ich holen, aber wie komm ich da ran? Ich kann halt nicht so weit springen. Das... Ah... Ah... Hat sich die wieder verschoben? Jetzt... Man kann sagen, oh, das stimmt ja doch nicht. Hm... Ja, so langsam kommt dann doch die Erkenntnis... Die Erkenntnis, dass ich den Würfel hätte mitnehmen sollen... Oder den erstmal... Nee, stopp! Wie krieg ich den? Ich kann ja nicht loslassen und... Nee, geht ja nicht. Ich kann den ja nicht halten... Und zeitgleich im Portal schießen. Ah... Verflucht! Warte mal... Äh... Was... Was wohnt da? Äh... Ich komm hier echt nicht weiter... Ups... Okay... Ah... Ah... Ups... Verdammt... Aber den hätte ich wenigstens schon mal runterholen können... Okay... Orientierung... Ah... Nein! Verdammt! Mal! Okay... Sehr schön... Muss ich den denn bloß noch... Hier... Besitzen... Ah, jetzt hat wirklich die Frage... Wie kommt denn das? Wie komm ich den? Wie komm ich da hin? Mit... dem... Würfel! Wie gesagt... Hier... Da geh ich dich! Ups... Na, jetzt! Da soll ich halt drauf hoffen, dass der... Du... Sag mal! Du... O... Hahahaha... Alter... Das war eine Toffee-e-dee... Aber die Lu-See-dee... Äh... Äh... Pff... Au... Ah! ich hätte nicht gedacht dass ich das hinkriege im leben nicht ich habe echt nur mit glück als verstand das ist ja wow so jetzt würde ich mal sagen den hier nein quatsch es war schmassen aber okay oh wow ich will nicht wissen wie viel ich hier schneiden musste heilige scheiße ich habe über unsere situation nachgedacht und die optimale lösung für einen von uns gefunden was mich raten mich zu töten ja im nachhinein werde ich mir wirklich denken an shadow kommt das ist doch jetzt das ist doch einfach jetzt stellt dich so an ja darauf musste erstmal kommen unseren bestimmungen zufolge muss ich dich warnen dass die nächste testkammer sehr gut aussieht ganz recht die anlage ist wieder voll funktionstüchtig ja memo an mich mein handy auf lautlos stellen wenn ich aufnehmen meine fresse hat jetzt nichts gehört vermutlich doch ja also wie gesagt ich spiele hier portal komplett blind ich habe klar die spiele gibt es schon und die könnte man schon komplett als retro bezeichnen aber ich habe diese damals nie gespielt das ist das erste mal so spiele und daher klar ist für den ein oder anderen ein bisschen cringe wie dumm kann man nur sein aber denkt man eure erste zeit mit portal ich mag irgendwie kleinere kammern lieber wo viel los ist als größere kammern weil diesen bin ich ja okay ja 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 war sehr schlau eine fresse so schlau schlauer geht es nicht aber eine fasse bloß noch Ja, war klar. Oder warte mal, vielleicht mach ich ja... So, der wäre ja hier komplett direkt. Und der cool... Au! Nein, da, 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 da... Au! Mann, jetzt ist... Aua, Shadow ist... Hör auf, dich zu dämlich anzustellen. Äh... Was genau war jetzt doch mal meine Idee? Kacke. Hm... Aua, Junge! Eits! Aber so lange hat er recht, sieht sehr gut aus. Shit. Hm... Ich probier einfach mal was. Na, jetzt, komm her. Ja, sehr, sehr großes Herumprobieren. Auf! Naja, ne, 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 das funktioniert auch nicht. Mann! Hmm. Noch mal so Teles. Spiel warned... Auf! Also, etwas...